Zwei Flensburger, ein Kieler und ein Sieg. Freddy, herzlichen Glückwunsch. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil der Trainer sagte, boxt einfach, wenn das immer so einfach wäre. Wie haben Sie sich gefühlt im Ring? Ja, ein bisschen rostig, um ehrlich zu sein. Es sind 20 Monate, als ich das letzte Mal geboxt habe. Ich habe das gemerkt. Ich bin irgendwie nicht in den zweiten, dritten Gang gekommen. Ich war die ganze Zeit im ersten. Aber dafür sind die Kämpfe da, um sich wieder warm zu boxen und dann hoffentlich die nächsten Kämpfe wieder hoch zu den Titelkämpfen. Wie ist jetzt Ihr nächstes Ziel? Ja, sobald wie möglich wieder boxen. Wenn es geht, entweder mehr Runden oder gleich ein Titelkampf. Wie viel Stolz tragen Sie in sich, wenn Sie jetzt hier schon Armen arbeiten? Ja, Flensburger ist immer gut. Er ist ja ein gebürtiger Flensburger. Er war lange in England, war zehn Jahre in England und jetzt macht er hier wieder weiter, nach oben. Vielen Dank, schönen Abend noch.